So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video, diesmal ein bisschen mehr Abwechslung, mal wieder eine andere Halle, nicht nur wo es Tisona gab, ich glaube ich bin da auch gar nicht mehr hin, von daher wird es jetzt mehr Abwechslung geben in den nächsten Videos, ja, ich sehe es gerade, auf jeden Fall nicht nur immer Tisona Videos, nicht eine Zeit lang, da habe ich nämlich am meisten verzockt, ich bin da irgendwann nicht mehr hingegangen, wollte mich dort auch sperren lassen, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, beziehungsweise eine Sprachaufnahme, wo ich da mit diesen Mitarbeitern geredet habe, naja, leider finde ich die Sprachnachricht nicht mehr, sonst hätte ich sie gerne auf Johnny Zock nicht mehr hochgeladen, aber gut, ich bin da trotzdem seitdem nicht mehr hingegangen, da war irgendwie Corona Beschränkung, da haben sie irgendwie verkleinert von drei Räumen auf einen und ich bin da nicht mehr hingegangen, unten in der Beschreibung Oasis, ich empfehle jetzt jedem, lasst euch sperren, hört auf mit dem Scheiß, wer zocken will, soll es machen, aber ich kann es mit gutem Gewissen niemandem mehr empfehlen, nein, das ist nämlich nur noch eine pure Abzocke, ihr seht es ja selber, also viel Spaß mit dem Video, lasst euch nicht anfixen, denn man verliert viel, 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 viel mehr als man gewinnt, ciao. So, jetzt nächste Runde, mal gucken. Oh, geil, alter. 20 Cent, ey, schatz. Nicht über. Da holt er ja noch mal einen rein, ne? Hier? Nein. Oh, noch zwei Fähren. Oh, noch zwei Fähren. Oh. Oh, da wird aber kein Gold machen. Und zwei Dröhren was grün. Oh, da kann er halt noch nicht. nicht über 2€ Freikirchen hatte ich schon eh, sehe ich nicht, ich habe angefangen mit 30 Cent von der Q, 80 Cent noch mal Q und jetzt wahrscheinlich wieder so nach der Mann, da kommt gar nichts rein, sehe ich jetzt schon, wenn ich Glück habe, 3 Stück, direkt nach den 80 Cent freispielen hat er diesen Bonus gegeben von 50€, dabei bei 150, dann habe ich mal auf 2€ gestellt erstmal die ersten 2€, das wird nichts, 4€ gehenden, ein Witz oder? 6€, 2, ich mache 1 und 2, krasse Sache, oh 2 Stück, 10€, jubo und ich steue auf jeden Fall runter, das bringt nichts Puh, Alter, 20€ auf 2€ Ja, wo viel los ist? Ein paar Runden mache ich noch, aber dann stelle ich runter, vielleicht sehen wir uns mal an So, schon ein bisschen Freispiele, erste Drehung, voll mit Käfer Mann, wir waren schon bei 150, er hat komplett runter gesaugt, bis auf 2,40 Dann beim Lucky Lady ein paar Freispiele gegeben, auf 50 Cent einmal nur Dann hat er gleich eine Vollbill Volle Linie A gegeben Und dann 75 habe ich hier rüber gestellt Und er hat ja nicht mal 2 Kugeln gezeigt, dachte ich mir aber Und das war's waschen Oh, na, ich wenigstens mal etwas Ja, Lord Six habe ich auch gespielt, aber der gar nicht Oh, 4 So viel haben wir doch schon Mal gucken Ob noch eine Verlängerung kommt? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Dann kommen wir jetzt zum Vierer Brauch nicht Nein, wir wollen Nein Das ist die Geldlosse Was redest du? Ruhig ruhig an Was ist mit dir? Ja, noch So, schauen wir uns das Ganze mal an 20 plus 30 Lucky Lady Six gab auch 20 plus 20 Ich habe leider nur eine Verlängerung Aber Boah, nein, Mann 50 Euro hatte ich drauf, hat alles hintergezogen Gucken ob wir wenigstens drei kommen Von der Verlängerung Noch nicht Noch nicht Ich glaube schon Aber Eine Mumie kommen Aber Das war so ein Knicken Und Ja, wenigstens das Kommt noch ein K Aber Noch ein Buch Nein Auch nicht Okay Na schon Wie gesagt Ob es wenigstens drei gibt Und 12 Euro Bei Mumie ist ja immer so eine Sache Okay 6 Euro jetzt noch der Platz Hm Oh, man Ja Ja, das ist schon wenig für den Einsatz Muss man schon sagen Ich werde spiele noch Eins und zwei Na, da Ja, und jetzt hau die drei rein Na, da Tja Liebe 22 20 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 Mal gucken. Dann war ja auch reingestreckt. Na, kommt nix. Was weiß, kommt nix, weiß ich natürlich nicht, aber symbolisch mal nicht das Beste. Feuerbücher gibt's auch keine. Hm. Na ja. Das war's. 4,40 Euro. Wenn es spricht, dann geht's mit Privatbücher. Tschüss. Butas與 newspapers, die wiederholen sind erinnert. bit 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 bit